Äh, was geht ab, Alter? Ich bin's wieder von Aberflocken. Mit Wasser. Mit Wasser, meine Freunde. Fitness-Oskar, pick dich! 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 Äh, was geht ab, Alter? Ich bin's wieder... Ich bin's hier russische Praline wieder am Start. Hier ist aber ganz klein. In meiner Kitchen hier. Mit's Besonderes. Außer mein Kreatin, hier hoch. Und heute starten wir ein Selbstversuch. Und zwar wollte ich jetzt so circa um die 400 Gramm Haarflocken diese hier von Runde Günstig auf einmal verspeiten. Hier sind die. Das sind 400... etwas weniger, vielleicht 360 bis 400 Gramm Haarflocken Mit Wasser. Mit Wasser, meine Freunde. Klar. Ja, und ich will nicht viel labern, Alter. Ich zieh mal durch. Mal gucken, wie viele ich schaffe. Hoffentlich so ein bisschen mehr als der Hälfte. Das ist klar, Mann. Ja. 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 Fünftes Oskar, pick dich! 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 Fünftes Oskar, pick dich!